Lampukistan Gaming ist hier! 32. Folge unserer Panini Sammelsucht in FIFA 16 515 Spieler und wir werden heute wieder Packs öffnen, meine lieben Freunde. Weihnachten ist zu Ende, das heißt aber nichtsdestotrotz, dass wir weiter Packs aufreißen. 1600 FIFA-Freunds sind auf jeden Fall noch übrig. Das wird auf jeden Fall noch für zwei Folgen in diesem Jahr reichen. Eventuell war ich noch eine dritte, so Rasmussen ziehen wir als besten Spieler. Kein seltener Bronzespieler, Barney ist noch am Start und Christensen, the rest of the best of the rest, den Mafioso, Bosch schon wieder, Alter. Ja gut, Freunde, wir starten weiter durch mit einem Silberpack noch, das ist wieder 3750 Münzen. Freunde, wen ziehen wir? Ganon, Optimopti, wunderbar, zwei seltene Silberspieler, Nobota haben wir noch dabei und Shanahan, the original Whiteness is back, Alter. Optimal, cooles Trikot, Bradford City, gar nicht mal so schlecht, Freunde, aber jetzt geht's an die dicken Fische. Und das sind nun mal die Goldpacks. Und, da würde ich sagen, wir starten auf jeden Fall mal mit so einem hier, für 7500 Münzen. Das werden wir öffnen jetzt. Und ich bin schon echt gespannt, Freunde, was kriegen wir raus? Wir holen uns, Demi, Kelly, Micho, gar nicht schlecht, alter Mann, 34-Pace. Na ja, Diarra ist noch am Start, Smith, seltener Silberspieler. Oh, Jose, the godlike Jose Mourinho, Alter. Wichtig geil. Wer übrigens jetzt irgendwie englischer Nationaltrainer oder so einen Scheiß werden will, ja, da bin ich echt mal gespannt. So, Freunde, 300 FIFA Points, wer denn wieder auf den Kopf geknallt? Komm schon, Freunde, wir brauchen wieder was richtig Geiles. Oha, Checo, oder? Optimal, 31, 61, Freunde. Gutes Pack. Checo, 377, naja, Lindegard, Dawson. Gottes Willen, Alter. 32, Face. Sonne ist richtig gut, 86 Tempo, der geht richtig gut ab. So, Rest ist hier, oha, optimal, ein Spielerset. Ah, richtig geil, Freunde, wir haben zwei Duplikate wieder, Tadic und Sio, was. Rest kommt in den Verein, komm schon. Optimal, Freunde, das heißt, wir werden jetzt erstmal dieses Geschenkset, äh, zwei Spieler sind drin. Oh je, ein normaler und ein seltener, vielleicht gibt es ja was geiles, Freunde, ein Torwart. Kune, Alter, naja, ein Südafrikansko. Und Valentini haben wir noch am Start, das heißt, wir werden jetzt noch ein Pack öffnen und das wird ein, ähm, Pack sein für, hier, nur Premium-Gold-Spieler-Pack. Es sind zwölf Spieler drin, zwölf Goldene, mindestens drei seltene. Komm, Freunde, da muss was richtig Gutes nochmal heute dabei sein. Trap war es das letzte Mal und wir kriegen Willch hier als besten Mann, Alter. Komm, ihr verarscht mich doch, ey, was ist da los? Hier, 81, bester Spieler, ey, weil Adolfo Valencia, Fidel Castro am Start, Jibril, Cissé, Stecklenburg, Talawara ist dabei, die Rolling Stones, Cashier, Gottardi. Alter, Schwede hier, Ribus ist noch dabei, guter Paceman, Luis Gustavo, der Fake Gustavo ist am Start. Ja, Freunde, das gefällt mir gar nicht, aber, da würde ich sagen, komm, scheiß die Wand an, Freunde, wir öffnen einfach noch so ein Pack hier. Das Video ist noch nicht so lang, das können wir noch locker mitnehmen, Freunde, und wir holen uns 84er Pianic, das sieht doch schon viel freundlicher aus, Alter. So, Rodolfo, Alter, mit Todesblick. Dann haben wir noch Giabalini irgendwas, keine Ahnung, Vieira haben wir noch gezogen, Digne, Corona-Bier, Kerbrat, Gordon, Noguera und Marcos von Hamburg, Cissé doppelt und Romelu, der Romulaner ist auch doppelt, Freunde. Bester Zug, kann man schon sagen, Jose Mourinho, Freunde, the godlike, the god one, 552 Spieler, optimal, das sind 357 Spieler, haben wir da gut gemacht. Das klingt doch richtig gut, ey, Freunde, Bronze, guck mal gleich nochmal durch, was haben wir? Wo sind wir angekommen, Freunde, wir sind bei 37, seltene Bronze-Spieler. Silber gab es wieder mal nicht so viel dazu, na, sind wir doch immer schon bei 36 angekommen, optimal. Und Gold müssen wir jetzt natürlich, haben wir noch weiter zugedeckt, Superman, da ist Micho, den haben wir auch noch gezogen. War gut, aber der richtige Knaller, der hat einfach gefehlt, 50, wo sind wir 60, Alter, schon voll, 61, seltene Goldspieler, Freunde, das ist eine richtig geile Zahl, 552 Spieler. Ja, Freunde, morgen, oder übermorgen, muss man mal schauen, dann werden wir nochmal die restlichen FIFA-Points, auf jeden Fall voll auf den Kopfballern, je nachdem, wann es die besseren Packs gibt, das werde ich dann morgen mal spontan entscheiden. Ja, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao und bloß kein Stress.